hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von horizon zero dawn mit dem alten mann von den schlaftabletten ja der war schon ein bisschen down ich habe hier gegen verschiedene maschinen gekämpft noch gegen ein sägezahn gegen etwas überpowerte wächter ja davon habe ich genug hier ist aber alles gut ich muss mal wieder ein bisschen jagen ich brauche fettes fleisch was ist das da das ist auch nur holz holz haben wir genug sollen mit wem reden der sonne sei dank du bist eine kämpferin und das können wir brauchen mein dämlicher boss hat uns die falsche kiste mitgegeben es stand munition drauf aber reinholz war drin ohne die munition haben wir kaum eine chance gegen wächter und anderes ich will dir gerne helfen schön zu hören wir brauchen die langbein wächter ach so ein goggle den goggle kennen wir noch nicht waffen an die waffen ah scheiße wo hänge ich wieder rum warum macht sie das wieder nicht warum steht sie wieder nur dumm da ich verstehe es nicht da halt hat der schmuck da feuer da haste scheiße so der ist weg wo ist denn da ah mist bleibt doch stehen wie soll ich dich denn erwischen ne das bringt gar nix das bringt überhaupt nix rausgeschmissen munition was war das denn nun springen oh der braucht nicht mehr viel ich sehe das schon ich sehe das schon ah scheiße hüpfe nicht an mir vorbei ich muss mal ein stückchen weg ah bleib stehen ich habe den trigger gezogen für den bogen jawohl eine aufklärmaschinen mach doch mal mädchen noch einen Jawoll! Jetzt auch die Lieder. Ich drücke schon wieder zweimal auf diese blöde Medizintaste. Na bitte, wer sagt's denn? Alles meins. Na, nu. So, alles voll. 370. Oh, haben wir schon wieder gelevelt. Da ist noch einer. Einer ist noch. Ich brauch das Zeug. Hier war noch was Grünes. Wo kriegt denn der rum? Der Urteil der Sonne brennt wie Feuer. Guck mal hier. Wie sollte das schlafen? Der ist hinüber. Na nun, mach doch! Dann darf sie wieder stehen! Jetzt kann ich wieder nicht looten. Hallo? Warum kann ich denn nicht looten? Scheiße! Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? So, jetzt aber. Alles meins. Alles meins! Gibt nix ab. Könnt ihr vergessen! So, erst mal wieder nachbauen. So, alles nachgebaut. Aufladen. So, okay. Okay, okay, okay. Da, wo das dreieckige Ding ist, will ich auf jeden Fall hin. Da könnt ihr aber Gift drauf nehmen. Will ich da auch noch was? Nochmal schnell speichern. Ist ja praktisch, dass hier... Die sind tatsächlich noch an Leben. So, oh, hier liegt ja noch mehr. Guck mal. Das lohnt sich ja. Das ist nur Holz. Das ist auch nur Holz. Kann ich nochmal mit ihm reden? Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde. Du bist unglaublich. Ja, das ist doch schön. Was? Die Liedkerne sind weg. Was? Das ist unmöglich. Außer... Außer die Reed hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Die Reed. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Oh je. Er kann nicht weit sein. Stimmt. Aber wir können ihn nicht verfolgen. Aber ich... Dann mache ich das für euch. Aber diesmal. Gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Liedkerne zurück und ich zahle. Da ist was. Hier. Muss ja hin. Da. Und da. Hier machen wir mal einen kleinen Abstecher hin, denn ich glaube... Nein, das nicht. Ja, ich weiß. Das ist Holz. Hier ist kein Holz. Ich gehe gleich wieder zurück. Ja. Seht ihr? Jetzt haben wir fast wieder alles voll. Das ist doch schön. Und wenn ich Tiere sehe, muss ich die... Ich brauche fettes Fleisch für... Medizin. Wo ist denn der Schlumpf hingegangen? So, jetzt aber. Keine Viecher. Ich will euer fettes Fleisch. Gebt es mir! Ich habe die Musik ziemlich leise eingestellt, ne? Man hört sie gar nicht. Ach, ich mache das in der Pause. Ich gucke mir das mal an, ob ich das ein bisschen lauter stellen kann. Guck mal, was da hinten ist. Da will ich gar nicht hin. Da ist er doch. Hallo, Diorit. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche? Die Sabotierte. Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden. Keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde. Ich habe Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. Oh, scheiße. Der kann sich unsichtbar machen. Da ist er wieder. Jetzt zieht durch, der Junge. Ah, scheiße. Der hat einen Schutzschirm. Bomben? Sie hat sich wieder nicht geheilt. Wenn sie in der Kampfanimation ist, heilt sie nicht. Wo ist er jetzt? Ist er weg? Nun nimm doch endlich! Hab ich wieder nicht. Ah, die falschen Pfeile. Er brennt noch. Das kommt, wenn man... Der scheißt Minen aus oder sowas. Der ist beleidigt. Wer bist denn du? Scheiße. Scheiße. Nein, endlich. Ja, Punkt 17 sind wir. Was war das? Und der versorgt. Achso, die müssen wir noch abgeben. Will ich aber erst mal gucken, was das hier, was es hier so gibt. Okay. Und die Minen sind jetzt auch weg. Interessant. Und wo ist, äh, der Typ? Das war doch hier irgendwo, ne? Da ist er. Danke. Wenn ich jetzt die Sonne umarme, verbrenne sie. Meine Sünden. Zu schade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt. Ja. So, alles wieder hergestellt. Deswegen war ich so ruhig. Halt. So, wir gucken gleich mal hier noch so ein bisschen. Da liegt noch was. Da konnte ich nicht. In der Hektik. Panik. Ja, der ist jetzt ein bisschen geleert, der Kräuterbeutel. Ich stelle das mal so ein. Ich will nicht. Ich muss die Tränke aus Versehen verwenden. Das ist ein bisschen doof. Ich muss bloß mal welche herstellen wieder. Und dazu muss ich jagen. Aber erst gehen wir mal. Ich höre hier schon was. Da sind die beiden. Die drei. Na siehste, das sieht doch schon wieder gut aus. Ich hab doch Schweine gehört. Da liegt noch was. Guck mal, hier liegt noch ein Jäger. Meine. Was haben wir hier? Das können wir auch gut gebrauchen, denke ich mal. Wie sieht's denn aus mit der Fertigkeit, Einfertigkeitspunkt? Na toll. Blohe Metallgefäßdraht. Ja, kann ich nix von herstellen. Fünfmal fettes Fleisch. Ich mach hier noch ein von. So, das muss reichen. So. Wo sind die jetzt? Hab die doch eben noch gesehen. Ach da. Na, Kuno. Na, da hat er seinen. Nein, das ist nicht der Richtige. Du bist der Richtige, ne? Du bist wieder da. Ja. Ja. Und die Reed? Ein Krischer hat ihn gepackt. War nicht so schön. Und du hast ihn erledigt? Das gibt einen Bonus. Hier. Dein Anteil. Verdient. Ich übernehme ab jetzt wieder. Die Reise verläuft ab jetzt glatter. Wir reisen weiter, wenn sich alle erholt haben. Sollte glatter laufen, wenn kein Die Reed uns sabotiert. Ja, gut. Ich werde dann gleich mal speichern hier oben. Ich möchte mal gern wissen, was hier ist. Runter. Das sind einfach nur Wächter. Materiallieferanten. Da. Da. Bründerer. Zwei. Na gut. Scheiße, den anderen habe ich zuletzt zu spät gesehen. Kommt der hier her? Ja. 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 Ist mir jetzt egal. Kommt der olle Plünderer auch gleich hier her? Ja. Und jetzt du. Und noch ein. Geil. Ich höre hier aber noch mehr. Hier hört das auch, ne? Also ganz leise hört man das. Bloß, wo kriege ich der rum? Das ist außerhalb meiner Reichweite. Das muss da hinten irgendwo sein. So. Nehmen wir vorsichtshalber was mit. Ich würde natürlich auch gerne nochmal speichern vor, aber das wird wohl nicht gehen. Und der Wächter noch. Hier sieht alles gut aus. Okay. Laufen wir da mal hin. Brennwurzel? Können weh. Aber wie kriegt man sie auf? Ja. Eine Brutstätte. Ich kann hier nichts machen. Vielleicht bin ich auch wieder viel zu früh hier. Scheiße. Zu lange gezögert. Oder es gibt noch einen anderen Weg da rein. Wir machten hier so einen Lärm. Hört sich an wie ein alter Blechhaufen. Wir sind doch bloß Schweine. Der Läufer ist tot. Da hinten sind noch zwei Wächter. Da. Was ist das denn? Ein Panzerwanderer. Fuchshaut. Fuchshaut brauchen wir für irgendwas. Wofür war das jetzt? Stolperfallen? Seilwerfer? Ich weiß das gar nicht mehr. Nein. Hier. Hier brauchen wir das. Das ist der Modifikationsbeutel. Da machen wir den auch auf volle Pulle. So. Den haben wir schon. Den haben wir noch nicht. Da sehe ich noch nicht so viel Sinn drin. Trankbeutel. Da fehlt mir eine Fischgräte. Fallenbeutel. Achso. Ich muss erst hier runter. Okay. Da fehlt ein Wildschwein. Und hier fehlt eine Fischgräte. So. Das haben wir dann auch. Vermutlich geht es denn da lang. Würde mich nicht wundern. Ist aber gefährlich. So ein, so ein, so ein Mr. Krabs haben wir noch nicht erledigt. Die sind weit weg. Oh. Was mache ich denn? Ich habe ja... Achso. Aha. Achso. Die ist dann weg. Ja. Kannst du machen. Ich bin genau reinge... Hau doch mal zu. Ich wollte noch hüpfen, aber das ging nicht. Lauf. Spring, 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 spring. So, das ist dann mein Rückzugsgebiet. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. So. Habe ich nur einen erwischt? Scheiße. 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 Ja, löst die Falle nicht aus. Gut. Das ist voll. Ich weiß nicht. Ich vermute mal, es gibt hier noch einen anderen Eingang in den Berg. Wahrscheinlich hier lang. So, ach so. Halt. Manchmal ist das ärgerlich. Man drückt auf die Taste, aber sie war da noch in der Laufanimation und dann, naja. Macht sie es halt nicht. Ich brauche Schwein. Warte, Schwein. Ich brauche dich. Oh, scheiße. Lauf schneller, Mädchen. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Mann, was ist denn das hier? Warum kann sie denn jetzt nicht laufen? Sonst kriegen wir den doch auch eingeholt. Och, Mann. Mit Pfeil im Bogen ist doof. Schwein bewegt sich. Schwein schnell. Guckt euch das mal an. Ich muss hier einen anderen nehmen, hier, den kleinen. Lauf. Na, endlich. Alles eingesammelt. Gut. Das war dafür. Hier ist irgendwas. Nicht identifiziertes Signal. Oh, schön. Also tröstet euch. Ich sehe auch nichts. So, das ist auch gleich wieder voll. Ei, 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 ei. So, ich werde jetzt mal gucken, ob ich einen anderen Eingang finde. Und wenn ja, dann melde ich mich wieder. Und wenn nein, dann melde ich mich ihm nicht mehr. Ich danke fürs Zuschauen. Dann wende ich das Spiel. Nein, nein. Es macht Spaß. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.